Es ist nicht leicht, seinen eigenen richtigen Weg zu finden, und manche Menschen schaffen das erst im reifen Alter. Leider kann ein Mensch zu diesem Zeitpunkt schon so viele unangenehme Bekanntschaften gemacht haben, sodass es gefährlich werden kann. Heute wollen wir die Geschichte von Arglist, Heuchelei und Gemeinheit erzählen, die zu einer Tragödie führte. Joseph Saunier wurde im Jahr 1955 in eine angesehene Familie von Medizinern in Sree, Louisiana, USA hineingeboren und wollte von Kindheit an das Werk der Familie fortführen. Er schloss sein Studium der medizinischen Wissenschaften an der Universität von Baton Rouge im Jahr 1976 mit Auszeichnung ab und absolvierte anschließend ein Studium an der Louisiana State University in Shreveport. Parallel zu seinem Universitätsstudium arbeitete Joseph am Parkland Hospital in Dallas, Texas, wo er in seinem letzten Ausbildungsjahr zum Chefarzt aufstieg. Er wurde Pathologe und Partner in einem Labor, das er später verkaufte. Zum Zeitpunkt der geschilderten Ereignisse war Dr. Saunier immer noch als Direktor des Labors beschäftigt und wurde auch als Chefpathologe des Covenant Health System in Lubbock, Texas geführt. Dr. Joseph Saunier war ein angesehener und wohlhabender Pathologe, der für eine Frau ein guter Fang war. Er war ein alleinstehender Mann, berühmt und genoss seine Freiheit, seinen Status und sein Geld. Das war jedoch nicht immer so, denn er heiratete bereits im Alter von 19 Jahren seine Highschool-Liebe Becky. Aus dieser Ehe gingen zwei Söhne hervor. Er war ein ziemlich strenger Vater, aber das zahlte sich in der Tat aus. Der Mann glaubte, dass man bei Jungen strenge Disziplin braucht, und so wuchsen die Söhne zu verantwortungsvollen und anständigen Menschen heran. Der Familie ging es zunächst gut, aber nach 27 Jahren Ehe fand die Frau einen anderen Mann, in den sie sich verliebte. Die Frau erzählte ihrem Mann ehrlich davon, schließlich ließen sie sich scheiden, aber Becky hatte keine glückliche Zukunft mit dem neuen Mann, denn der Geliebte entpuppte sich als gefährlicher Mann. Einige Zeit nach ihrer Heirat erschoss er sie, dann ihren Hund und nahm sich anschließend das Leben. Glücklicherweise wurden die Kinder, die bereits erwachsen waren und getrennt lebten, bei dieser Tragödie nicht verletzt. Dr. Sonnier war schockiert über den abscheulichen Tod seiner Ex-Gattin. Er ahnte jedoch nicht, dass auch seine Zukunft mit Blut befleckt war. Inzwischen vergingen die Jahre. Joseph unterstützte seine beiden Söhne. Im Jahr 2007 zog der Mann von Dallas nach Lubbock, um ein neues Leben zu beginnen. Joseph plante, weiter zu arbeiten und das Leben zu genießen, indem er Dinge ausprobierte, die er in seinem Leben noch nicht zu schätzen gelernt hatte, wie zum Beispiel das Tanzen. So begann der Pathologe Tanzstunden zu nehmen, die ihm viel Spaß machten, auch weil er hier verschiedene Frauen kennenlernte. Der Mann gab die Hoffnung nicht auf, seine Liebe zu finden. Ein paar Mal versuchte er, eine Beziehung zu seinen Tanzpartnerinnen aufzubauen. Aber nichts klappte. Das dauerte ziemlich lange, bis im Juli 2011 der 57-jährige Joseph diejenige traf, die, wie sich herausstellte, sein Schicksal sein würde. Ihr Name war Richelle Tina. Sie war eine 47 Jahre alte, wunderschöne, reizende Frau, fast zehn Jahre jünger als er. Bevor sie sich kennenlernten, war Richelle lange Zeit Führungskraft in der NFL gewesen, hatte sich eine erfolgreiche Karriere aufgebaut und brauchte nichts. Die Frau hatte auch vier eigene Kinder, die inzwischen erwachsen waren. Das Paar hatte viele Gemeinsamkeiten. Kein Wunder, dass sie sich schnell verstanden und sich nach einer Weile bis über beide Ohren ineinander verliebten. Sie verbrachten immer mehr Zeit miteinander. Richelles Geburtstag wurde in Paris gefeiert, dann nahm Joseph sie mit nach Los Angeles, um seine Familie kennenzulernen. Der Reichtum des Pathologen machte es leicht, jede Reise zu unternehmen, unabhängig von Umfang und Kosten der Reise. Die Beziehung entwickelte sich so schnell, dass die Partner den Wunsch hegten, zu heiraten. Zu diesem Zeitpunkt wusste Joseph noch nicht, dass seine neue Geliebte eine echte Zeitbombe war und es gefährlich war, sich mit ihr zu treffen. Am 11. Juli 2012 geriet die Situation außer Kontrolle. Ein Landschaftsgärtner, der im Haus des Arztes erschienen war, um eine anstehende Renovierung zu besprechen, wählte den Notruf. Er berichtete, dass er beim Haus seines Kunden angekommen sei und dessen Terrasse inspizieren wolle. Der Angestellte konnte den Besitzer jedoch nicht erreichen, bemerkte aber, dass die Tür offen stand. Der Landschaftsgärtner dachte, Joseph habe ihn einfach nicht gehört. Der Mann ging hinein und begann nach ihm zu rufen. Der Gärtner sah das Chaos im Haus und das Verdächtigste war, dass er ein Einschussloch im Fenster in der Nähe der Eingangstür entdeckte. Alles sah nach einem Einbruch aus und es war beunruhigend. Er ging vorsichtig weiter ins Haus und suchte nach dem Hauseigentümer, aber er war nirgends zu finden. Der Gärtner machte sich daraufhin auf den Weg zur Garage, wo er Dr. Saunier in einer Blutlache auf dem Boden liegend und ohne Lebenszeichen vorfand. Er hatte Stich- und Schusswunden am Körper, sodass der Angestellte sofort das Haus verließ und den Notruf wählte. Um 14.48 Uhr ging der Anruf bei der Polizei ein, die sofort mehrere Streifen zum Tatort entsandte. Als die Beamten eintrafen, fanden sie das Opfer des Verbrechens, das schnell als der 57-jährige Joseph von je identifiziert wurde. Die Sanitäter erklärten den bekannten Pathologen für Tod. Dieses verdächtige Verbrechen ereignete sich in einer der friedlichsten, sichersten und angesehensten Gegenden der Stadt. Hier gibt es so gut wie keine Kriminalität, sodass der Vorfall die gesamte Gemeinde erschüttert hat. Der wohlhabende Pathologe hatte keine Feinde, und alle seine Freunde und Familienangehörigen nannten ihn einen der ruhigsten und gutmütigsten Menschen, die sie kannten. Er gehörte einem angesehenen Berufsstand an und hatte keine offensichtlichen Feinde, die ihm Schaden zufügen wollten. Es war sofort klar, dass es sich nicht um einen Raubüberfall handelte, da nichts aus dem Haus gestohlen worden war. Allerdings war ein Fenster eingeschlagen worden, und man fand eine Flasche mit durchschossenem Boden, die offenbar als improvisierter Schalldämpfer für eine Schusswaffe verwendet worden war. Am Tatort stellten die Ermittler fest, dass das Opfer vor geraumer Zeit in seiner Wohnung ermordet worden war. Das Blut war eingetrocknet, der Körper war kalt und die Totenstarre hatte eingesetzt. Der ungefähre Todeszeitpunkt wurde ermittelt. Es stellte sich heraus, dass der Mann in der Nacht starb. Die Kriminalisten trafen sofort am Tatort ein, um die Umstände des Verbrechens zu ermitteln und Beweise für die Untersuchung zu sammeln. Materialien waren reichlich vorhanden, da der Angreifer anscheinend wenig darauf bedacht war, sie zurückzulassen. Offensichtlich war der Täter kein Profi, sondern ein Anfänger auf diesem Gebiet. Am Tatort wurde DNA von der Flasche, die als Schalldämpfer verwendet wurde, gesammelt, und es wurden auch Blutproben von gleich zwei Personen gefunden. All diese Materialien wurden zur Untersuchung an das Labor geschickt. Die befragten Nachbarn gaben an, nichts Verdächtiges gesehen oder gehört zu haben, und in der Nähe des Hauses gab es keine Überwachungskameras. Den Ermittlungen zufolge betrat der Angreifer das Haus durch die Hintertür und nutzte das große Panoramafenster. Von dort aus konnte man den Hinterhof überblicken, sodass der Durchgang für einen Überraschungsangriff sehr günstig war. Im Esszimmer stellte der Angreifer sein Opfer zur Rede, woraufhin Schüsse fielen. Wahrscheinlich wurde zu diesem Zeitpunkt die Weinflasche als Schalldämpfer benutzt, aber das hat natürlich nicht funktioniert. Offenbar lebte der Arzt danach noch, denn es wurden Blutspuren gefunden, die hinter dem Verwundeten herzogen. Der Mann bewegte sich den Korridor entlang und ging in die Garage, und hier begann der Angreifer auf sein Opfer einzustechen, was für ihn tödlich endete. Bei der Autopsie des Opfers wurden fünf Schusswunden und elf Stichwunden festgestellt. Zunächst glaubten die Ermittler nicht, dass es sich um ein zufälliges Verbrechen handelte, sondern sie mussten herausfinden, wer es getan hatte und warum. Natürlich überprüften sie als erstes die Familie und die Kinder des Pathologen. Die Kinder standen unter Schock, erst vor zwei Jahren wurde ihre Mutter Becky von ihrem neuen Mann erschossen worden, und nun war ihr Vater auf ähnlich brutale Weise ums Leben gekommen. Der Blitz schlug zweimal am selben Ort ein, was zu verdächtig aussah. Josephs Ermordung war der zweite Schock, den die Kinder der Familie nach dem emotional verheerenden Tod ihrer leiblichen Mutter zu verkraften hatten. Innerhalb von zwei Jahren standen sie ohne Eltern da. Die Ermordung von Becky verletzte Dr. Saunier, der knapp drei Jahrzehnte mit ihr zusammengelebt hatte, zutiefst. Der Mann erinnerte sich immer wieder an die Jahre, die er mit ihr gelebt hatte, und trauerte um den Verlust. Dennoch blieb der Arzt stark und war wie eine Stütze für die Familie. Er kümmerte sich sofort um alle Beerdigungsvorbereitungen und Kosten und half seinen Söhnen durch das Trauma. Die Kinder gaben später zu, dass es seine Unterstützung war, die jedem von ihnen half, den Schmerz zu überwinden. Die Söhne des Opfers wussten nicht, wer ihrem Vater etwas hätte antun wollen. Er war eine Stütze für viele Menschen, nicht nur für die Familie, sondern auch für Freunde und Arbeitskollegen. Er war ein charmanter und sympathischer Mann mit einem Vermögen von etwa zwölf Millionen Dollar, der aber nie mit seinem Reichtum prallte, sondern eher bescheiden blieb. All dies machte ihn zu einem der beneidenswertesten Junggesellen mittleren Alters in der Stadt. Natürlich sympathisierten viele Frauen mit ihm, was sich besonders bemerkbar machte, als er anfing zum Tanzen zu gehen. Seitdem hatte der charismatische Millionär keinen Mangel mehr in Augen der interessierten Damen. Hier lernte er auch seine neue Geliebte kennen, die von der ganzen Familie bereitwillig akzeptiert wurde. Richelle. Sie war schön, fröhlich und lustig. Nach dem Kennenlernen begann das Paar, sich in den besten Restaurants und Privatclubs der Stadt zu entspannen, und nicht nur dort. Joseph scheute keine Mühen für seine Geliebte, überhäufte sie mit Geschenken. Zu diesem Zeitpunkt war Richelle 47 Jahre alt, sie war verrückt nach ihrem neuen Mann. Viele Bestätigungen dieser Worte wurden gefunden, insbesondere zahlreiche Veröffentlichungen auf einer persönlichen Seite in sozialen Netzwerken, wo Richelle offen ihre Liebe zu dem reichen Arzt erklärte. All dies wurde auch von zahlreichen Zeugen bestätigt. Freunde und Bekannte, die mit den Protagonisten der Geschichte vertraut waren, setzten große Hoffnungen in diese Beziehung. Joseph war lange Zeit Junggeselle, konnte keine Familie gründen, aber es schien, dass jetzt in seinem Leben eine würdige Frau auftauchte, die er bereit war zu heiraten. Die Person, die dem Opfer am nächsten stand, war seine geliebte Richelle, mit der sie unzertrennlich waren. Deshalb sprachen die Ermittler zuerst mit ihr. Sie bezeichnete den Verstorbenen als die Liebe ihres Lebens und hätte sich nie vorstellen können, dass ihm so etwas zustoßen könnte. Die Frau war zutiefst bestürzt über das Geschehene und wusste nicht, was sie tun sollte. Im Gespräch mit den Polizeibeamten gab Richelle einige merkwürdige Informationen preis. Sie sagte, dass in den letzten Monaten vor der Tragödie im Leben der Liebenden verschiedene seltsame Dinge beobachtet wurden. Joseph schien ein Opfer von Verfolgungen zu werden, die er wiederholt mit seiner Verlobten teilte. Auch Richelle berichtete, dass sie selbst einmal einen Fremden sah, der ziemlich unheimlich aussah. In einer regnerischen Nacht stand er vor dem Haus und schaute auf die Tür und die Fenster, als ob er sie beobachten würde, aber sie konnte sein Gesicht nicht sehen. Gleichzeitig sagte die Frau, dass ihr zukünftiger Ehemann versuchte, alles in einen Witz zu verwandeln und offenbar die Gefahr der Situation unterschätzte. Richelle sprach über die obsessiven Anrufe, die ihr Verlobter kurz vor seinem Tod erhielt. Er erhielt mehrere Anrufe und Drohungen und danach wiederholte sich das Ganze in Form von mehreren Textnachrichten. Nachdem sie über die Geschehnisse nachgedacht hatte, nannte Richelle mehrere Namen, die ihrer Meinung nach als potenzielle Mörder in Frage kämen. Die Polizei glaubte der Frau jedoch lange Zeit nicht, da sie davon ausging, dass eines der wahrscheinlichen Motive ihre Eifersucht sein könnte. Dank einiger Zeugen wurde bekannt, dass der Verstorbene zur Tatzeit Affären mit mehreren Frauen gleichzeitig hatte. Unter Bezugnahme auf die Verleumdungen, denen kurz vor der Tragödie ein berühmter Arzt ausgesetzt war, fragten die Ermittler Richelle, ob sie wisse, dass der Verlobte nebenher Beziehungen gehabt haben könnte. Die Frau antwortete, dass ihr das nicht bekannt sei und bestritt, dass Joseph Mätressen haben könnte, das entspreche nicht seinem Charakter. Auch Joseph's Söhne bestritten diese Behauptung. Sie wussten, wie anständig ihr Vater war und dass er niemals eine Beziehung nebenher führen würde. Angesichts der offensichtlichen Verdächtigungen der Polizei behauptete Richelle, sie sei nicht an dem Verbrechen beteiligt gewesen. Bei der nächsten Vernehmung fing sie jedoch an zu weinen und sagte, sie kenne mehrere Frauen, die in den Mord verwickelt sein könnten. Nach Angaben der Verdächtigen gab es mehrere Ex-Frauen, die den Arzt ständig belästigten und deren Druck in den letzten Monaten zugenommen hatte. Joseph ignorierte sie, aber sie belästigten ihn weiter, weil sie unglücklich darüber waren, dass er mit Richelle zusammen war und sich auf die Heirat vorbereitete. Eine von ihnen war eine Frau aus Florida, die sich als Tanzlehrerin des Arztes bezeichnete. Sie rief weiterhin an und schrieb ihm, auch nachdem Sonnier ihr von seiner ernsthaften Beziehung zu Richelle erzählt hatte. Sie vermutete auch, dass eine andere Krankenschwester, mit der der Pathologe vor einiger Zeit gearbeitet hatte, darin verwickelt war. Auch diese Frau rief ihn regelmäßig an und schrieb ihm SMS. Bei der dritten handelte es sich um eine Frau mit einer Tochter, die kurz vor dem Mord einen Drohbrief an den Verstorbenen geschrieben hatte, in dem sie Joseph beschuldigte, sie und ihr Kind verlassen zu haben, obwohl dies nicht stimmte. Neben diesen Frauen war Richelle eine der ersten, die auf Thomas Dixon hinwies, der in seiner Privatklinik als plastischer Chirurg arbeitete. Dort befasste er sich mit kosmetischen Schönheitsbehandlung und plastischer Chirurgie. Die Klinik befand sich in einer anderen Stadt und auf dem Arbeitsweg von Lubbock konnte der Arzt durchaus ein Motiv gehabt haben, Joseph anzugreifen, denn Richelle war seine frühere Geliebte und ihre Trennung war sehr schwierig gewesen. Thomas lernte sie im Jahr 2008 kennen, als sie für Botox-Injektionen kam. Zwischen den beiden entwickelte sich zunächst ein freundschaftlicher Dialog, dann ein leichter Flirt, und nachdem es zwischen ihnen gefunkt hatte, begann eine Affäre. Der Arzt begann, seine Frau mit seiner neuen Geliebten zu betrügen. Nach ein paar Monaten fand seine Frau das heraus und reichte die Scheidung ein, aber das schien den plastischen Chirurgen nicht zu kümmern. Er war so sehr in Richelle verliebt, dass er sich von seiner Frau, mit der er seit etwa 20 Jahren verheiratet war, scheiden ließ. Thomas war entschlossen. Sie trafen sich weiterhin mit seiner Geliebten, trennten sich aber ebenfalls im Jahr 2010. Richelle beschrieb Thomas als einen manipulativen Mann, der versuchte, alles unter seine Kontrolle zu bringen, sogar ihre Freizügigkeit. Er verfolgte sie seit langem und forderte sie auf, zurückzukommen, sodass Richelle beschloss, umzuziehen, um ihm zu entkommen. Nachdem sie über alle Umstände nachgedacht hatte, glaubte die Frau, dass es ihr Ex Thomas Dixon war, der den Arzt in den letzten Monaten verfolgt hatte. Sie verriet, dass die letzte Phase ihrer Beziehung schrecklich war, sie glich einem echten Karussel, die ihren Tribut forderte. Richelle bezeichnete ihren Ex als einen echten Catcher, einen Frauenheld, der keinen einzigen Rock auslassen konnte und zu emotionalem Missbrauch neigte, weshalb sie sich trennten. Als Hauptgrund nannte sie die Lügen. Thomas täuschte ständig und gab vor, etwas zu sein, was er nicht war, und nachdem er sein wahres Gesicht gesehen hatte, war Richelle enttäuscht. Doch obwohl sie in eine andere Stadt zog, fand Thomas sie und bedrängte sie weiterhin. Nach Angaben der Frau war er emotional verzweifelt, nachdem er erfahren hatte, dass sie mit einem neuen Mann zusammen war. Ihm war klar, dass er sie jetzt nicht mehr zurückgewinnen konnte, und so schlug er ihr sogar vor, trotz der bestehenden Beziehung zusammen zu sein. Der Vorschlag, eine Dreiecksbeziehung einzugehen, funktionierte jedoch nicht, da Richelle das kategorisch ablehnte. Die Frau sagte, dass sie danach begann, sich ständig verfolgt zu fühlen, und Joseph erzählte ihr auch davon. Einmal sahen sie und ihr Liebhaber etwas, das einer Kamera ähnelte, durch ein Fenster, im Hinterhof blitzen, aber sie erkannten den Ernst des Problems erst am Ende. Thomas Dixon erregte das Interesse der Ermittler, die mit ihm sprechen wollten. Der plastische Chirurg lebte zwei Stunden von der Stadt Lobock entfernt. Die Polizeibeamten kamen, um ihn zu befragen, weil er zu diesem Zeitpunkt der Hauptverdächtige in diesem Fall war. Thomas ließ sich bereitwillig auf das Gespräch mit den Polizisten ein. Er gestand, dass er tatsächlich bis über beide Ohren in Richelle verliebt war. Der Mann hatte für sie vieles in seinem Leben geändert, unter anderem die Scheidung von seiner Frau, und er tat alles, damit sie zusammenblieben, doch leider trennten sie sich schließlich, was für Thomas ein schwerer Schlag war. Der plastische Chirurg gab zu, dass er ihr eine Zeit lang nachstellte, aber nicht, um ihr zu drohen, sondern um seine Geliebte zurückzugewinnen. Aber Richelle lehnte ihn weiterhin ab, und er gab schließlich nach und fand eine andere Frau. Zu diesem Zeitpunkt war Dixon mit einer Medizinstudentin zusammen, die wesentlich jünger war als er. Er behauptete, Richelle vergessen zu haben und ihr nicht mehr nachzulaufen, geschweige denn ihren Verlobten, und bestritt etwas mit dem Mord zu tun zu haben. Die neue Freundin wurde zu seinem Alibi, da er erst bei der Arbeit und dann bei ihr war, als das Verbrechen begangen wurde. Es wurden schlüssige Beweise gefunden, und Videoaufnahmen bestätigten, dass die einzigen in den Fall verwickelten Personen ein Alibi hatten, einschließlich Sonias Geliebter selbst. Die Ermittler versuchten, Personen ausfindig zu machen, die möglicherweise einen Groll gegen den Arzt hegten, ihn beneideten oder ihn ausnutzen wollten. Es gab jedoch keine neuen Personen in diesem Fall. Zu diesem Zeitpunkt kamen die Laborergebnisse zurück. Die DNA-Proben aus der Flasche stammten nicht von dem Opfer. Eine der am Tatort gefundenen Blutproben stammte von Sonier. Die Polizeidatenbank konnte nicht feststellen, wessen andere Proben am Tatort gefunden wurden. Sie mussten mit den Proben des Verdächtigen abgeglichen werden, um die Schuld zu beweisen, aber das Problem war, dass es keine Verdächtigen gab. Einige Tage später erhielt die Polizeistation einen Anruf von einem angehenden Rettungssanitäter aus Amarillo namens Paul Reynolds. Ihm zufolge lebte er mit einem Kumpel zusammen, der vor kurzem den Mord an Joseph Sonier gestanden hatte und danach versucht hatte, sich das Leben zu nehmen, aber gerettet wurde. Der Kumpel, von dem Paul erzähl hatte, hieß David Shepard. Nach Angaben des Zeugen erzählte der Mörder ihm, wie er in das Haus eingebrochen war und den Mann erschossen hatte, wobei der Anrufer Details nannte, die nur einem kleinen Kreis von Ermittlern bekannt waren, darunter einen Flaschenschalldämpfer. Eine außenstehende Person konnte sie einfach nicht kennen, wie sich herausstellte, war er eindeutig über den Vorfall informiert. Die Polizei überprüfte den neuen Verdächtigen sofort. Es stellte sich heraus, dass David eine gewalttätige kriminelle Vergangenheit hatte, Diebstahl und Vandalismus, obwohl bisher nichts Ernstes passiert war. Der Mann war geschieden und arbeitslos. Er war jedoch mehrfach beim Diebstahl gesehen worden, unter anderem bei einem prominenten Geschäftsmann. Der neue Verdächtige war ein Freund von Pauls Anrufer. Dieser sagte, er sei gesellig, aber unartikuliert und mache im Allgemeinen ein eher unattraktives Bild von einem Kriminellen. Paul zufolge wurde David von einem Arzt aus dem Bereich der plastischen Chirurgie für den Mord angeheuert, aber er kannte seinen Namen nicht. Nach Angaben eines Freundes, der sich an die Polizei wandte, war David in den letzten Tagen depressiv, ständig betrunken und stand unter dem Einfluss illegaler Substanzen. Er verhielt sich irrational und schien bereit zu sein, sich das Leben zu nehmen. In diesem Zustand begann der Täter Paul zu erzählen, was geschehen war. Der beschloss, die Polizei zu informieren. Die Ermittler wollten mit dem neuen Verdächtigen sprechen. Unmittelbar nach dem Eintreffen der Polizei begann David sich sehr unruhig zu verhalten, er gab verwirrte Antworten auf Fragen und war allgemein sehr misstrauisch. Als man ihm mitteilte, was die Ermittler wussten, gestand er nach und nach, dass er für den Mord vom plastischen Chirurgen Thomas Dixon angeheuert worden war und schilderte dann detailliert die Chronologie der Ereignisse dieses schicksalhaften Tages. Der Täter sagte, er habe den plastischen Chirurgen in einer Bar kennengelernt, und es habe sich herausgestellt, dass sie Seelenverwandte waren, da beide zu dieser Zeit eine schwierige Trennung von ihren Lebensgefährten durchmachten. Die neuen Bekannten kamen bei einer Flasche Bier ins Gespräch, das sich zu einer Freundschaft entwickelte, und versuchten gegenseitiges Verständnis zu finden. Thomas erzählte seine traurige Liebesgeschichte und berichtete von Richelle, die ihn verlassen hatte und zu dieser Zeit mit einem anderen Mann zusammen war. Der Mann erzählte, dass ihn diese Trennung sehr getroffen hat. Er war unsterblich in diese Frau verliebt und konnte sie nicht vergessen. Dr. Dixon änderte eine Menge Dinge in seinem Leben, um mit Richelle zusammen zu sein. Er wollte sie heiraten, aber im Gegenzug hat sie ihn einfach verlassen. Thomas wollte eindeutig seine Geliebte zurückgewinnen und dafür hielt er es für notwendig, ein einziges Hindernis aus dem Weg zu räumen, Dr. Saunier. Er glaubte, dass seine Geliebte dann bei ihm sein würde. David unterstützte seinen neu gewonnenen Freund bei diesem Unterfangen. Daraufhin schmiedeten die neuen Freunde einen Plan, aber keinen Mord. Ihr Plan sah vor, Joseph zu verleumden und in ein unrühmliches Licht zu rücken, und dann würde Richelle ihn verlassen. Zunächst beschlossen sie, die Belästigungen und Beschwerden der ehemaligen Geliebten des Mannes hochzuspielen. Danach wurde ein Brief geschrieben, in dem der Fremde zugab, dass Joseph sie verlassen hatte, der aber alles leugnete, und Richelle glaubte ihm, ihr Plan scheiterte. Es ist nun klar, dass es sich bei den Verfassern dieses Briefes um zwei Übeltäter handelte, die eine Verschwörung vorbereiteten. Um den Plan in die Tat umzusetzen, suchten sie sich Frauen, denen sie eine anständige Summe bezahlten, etwa 1000 Dollar pro Frau, um dieses Stück zu spielen und einen fremden Mann zu verfolgen. David reiste regelmäßig zum Haus des Opfers, um es zu überwachen, und alle diese Reisen wurden von Thomas Dixon finanziert, der ihm jedes Mal Geld für Benzin und die Bezahlung seiner Arbeit gab. In diesem Fall hatte der Organisator des Verbrechens einen Plan B, der radikalere Maßnahmen vorsah. Thomas beschloss, den Pathologen zu töten, der zuvor seinen guten Namen mit falschen Anschuldigungen beschmutzt hatte. Der Mann glaubte, dass Richelle danach auf Knien zu ihm kommen würde, um ihn zurückzuhaben. Um den Plan umzusetzen, benötigte er auch die Dienste seines neuen Kumpels. Als Bezahlung bot er drei Silberbarren im Gesamtwert von 5000 Dollar an, und er stimmte zu. Er gab David sofort einen der Barren als Pfand, woraufhin der Verbrecher zu einem Pfandhaus ging und die Belohnung einlöste. David erzählte den Polizisten, wie sie sich auf das Verbrechen vorbereitet hatten. Dr. Dixon gab ihm sofort eine Waffe, und der Täter sollte dem Pathologen folgen, um seine Routine herauszufinden und den besten Zeitpunkt für den Angriff zu bestimmen. Er behielt das Opfer im Auge. Der plastische Chirurg wollte genau wissen, was in Josephs Haus vor sich ging, und so hielt er in Echtzeit ständigen Kontakt mit dem Söldner. Zur verabredeten Stunde, als Sonia noch nicht im Haus war, traf der Killer ein und setzte sich auf einen Stuhl im Hinterhof. Hier positionierte sich David mit Kappe, Schutzbrille und einer Tasche und wartete darauf, dass das Ziel des Anschlags nach Hause kam. Er hatte eine Pistole mit einer Weinflasche an der Spitze des Laufs, anstelle eines Schalldämpfers, ein paar Handschuhe und ein Messer dabei. Die Pistole sollte die Hauptwaffe sein, aber das Messer diente als Reserve, falls sie versagte. Für den Fall, dass auch das nicht funktionierte, hatte der Eindringling eine Gürtelschnur dabei, mit der er das Opfer erwürgen wollte. Während des gesamten Verbrechens und im Vorfeld tauschte der Chirurg ständig Nachrichten mit seinem Auftragskiller aus. Diese Korrespondenz wurde später entdeckt und war eines der Beweisstücke in der Verhandlung. Das Verbrechen verlief jedoch von Anfang an nicht nach Plan. Als Joseph spät in der Nacht nach Hause kam, bemerkte er einen Eindringling auf der hinteren Veranda, woraufhin er sich näherte und von innen klopfte, um Davids Aufmerksamkeit zu erregen und den Eindringling zu verjagen. Das vermeintliche Angriffsopfer öffnete das Fenster und fragte David höflich, was er auf seinem Privatgrundstück zu suchen habe. Daraufhin zog der Eindringling eine Pistole und gab mehrere Schüsse auf den Mann ab, woraufhin er durch das offene und mittlerweile zerbrochenes Fenster ins Innere griff. Daraufhin gab er mehrere Schüsse ab, aber auch diese töteten das Opfer nicht. Joseph versuchte, seinem Angreifer durch den Korridor zu entkommen. David befürchtete, dass der Verwundete eine Waffe hatte, er würde sie nehmen und sich wehren, also eilte er sofort hinterher und begann Sonir mit einem Messer anzugreifen, der bereits in der Garage war. Nach ein paar Hieben fiel der Pathologe zu Boden und gab keine Lebenszeichen mehr von sich. Dann versetzte der Söldner ihm drei oder vier weitere Dolchstöße auf lebenswichtige Organe und stellte sicher, dass der Mann tot war. Thomas ging zurück zum Auto, um seinem Auftraggeber alles genau zu erklären. Als der Söldner zurückkehrte, erhielt er sofort die beiden verbliebenen Edelmetallbarren sowie eine Kiste kubanischer Zigarren als Dank für seine Arbeit. Thomas Dixon hörte sich den detaillierten Bericht an, behandelte und verband die Wunden, die sich der Täter während des Kampfes zugezogen hatte und empfahl dann, sich eine Zeit lang zu verstecken. Es gab zahlreiche Beweise für die Worte des Mörders, wie beispielsweise ein zufällig auf seinem Handy hinterlassenes Foto, das er vor einem Spiegel aufgenommen hatte, als er in der Wohnung des Opfers war. Auch seine DNA-Proben stimmten mit denen am Tatort überein und Davids Handyortung zeigte, dass er zum Zeitpunkt des Verbrechens im Haus des Opfers war. Dr. Dixon wurde von der Polizei unter dem Vorwurf des Mordes ersten Grades verhaftet. Auf der Grundlage von Davids Aussage sowie einer Vielzahl anderer Beweise wurden unter anderem belastende Telefonanrufe und Textnachrichten mit unmissverständlichen Botschaften zwischen den Verschwörern ausgetauscht. Schon bei der ersten Befragung hatten die Ermittler gehofft, ein Geständnis vom Anstifter des Mordes zu bekommen. Doch Thomas Dixon zitterte förmlich, und behauptete dummerweise, er habe nicht verstanden, um welchen Dr. Saunier es sich überhaupt handelte. Als die Polizei den Mann mit den vorliegenden Beweisen gegen ihn unter Druck setzte, verlangte der plastische Chirurg einen Anwalt. Es kam zu einem Gerichtsverfahren. David Shepard bekannte sich im Rahmen einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft sofort schuldig, der Auftragsmörder zu sein. Bei der Verhandlung verzichtete er auf sein Recht, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Infolgedessen erhielt er statt der Todesstrafe eine lebenslange Haftstrafe ohne Bewährung. Thomas Dixon erwies sich jedoch als harte Nuss, er stand vor Gericht und beteuerte weiterhin seine Unschuld. Die Staatsanwaltschaft beschuldigte den Arzt des schweren Mordes, beantragte aber nicht die Todesstrafe für ihn, da die Wahrscheinlichkeit, dass die Geschworenen eine solche Entscheidung treffen würden, zu gering war. Obwohl es einige Beweise gegen Dr. Dixon gab, handelte es sich um Indizien. Die Anwälte gaben sich große Mühe, vor Gericht ein tadelloses Bild des Angeklagten mit einem tadellosen Ruf bei der Arbeit und im Leben zu präsentieren. Die Verteidiger bestritten Davids Aussage und stellten auch die Echtheit der Korrespondenz und deren Bedeutung in Frage. Trotz aller Bemühungen der Staatsanwaltschaft entschieden die Geschworenen, dass Dixon nicht schuldig ist. Ein Großteil der Verwirrung wurde durch den Täter verursacht, der, obwohl er im Rahmen einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft über den Mandanten aussagte, begann, seinen Arbeitgeber eindeutig zu bevorzugen und dem Gericht mitteilte, dass er den Mord selbst geplant und ausgeführt habe. Zwei Geschworene, die bei der ersten Verhandlung anwesend waren, äußerten begründete Zweifel. Das Verfahren wurde schließlich für ungültig erklärt. Die Familie des Opfers gab jedoch nicht auf, sodass der Fall neu aufgerollt wurde und 2016 neue Anhörungen stattfanden. Nach der Verlesung des gesamten Fallmaterials berieten sich die Geschworenen etwa drei Stunden lang, bis sie zu dem Schluss kamen, dass der Angeklagte tatsächlich des Mordes ersten Grades schuldig war. Da der Antrag auf die Todesstrafe abgelehnt wurde, wurde der Arzt automatisch zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt. Eines der wichtigsten Beweisstücke für die Verurteilung des Mörders wurde von seiner eigenen Tochter vorgelegt. Ein weiteres starkes Indiz für Thomas' Schuld war die Aussage von Paul, die er der Polizei übergab. Paul erklärte, David habe ihm erzählt, wie Dr. Dixon ihn mit dem Mord beauftragt hatte. Neben anderen nützlichen Informationen wies Dixons Tochter darauf hin, dass ihr Vater seinen Klienten deckte. Der plastische Chirurg behauptete jedoch weiterhin, dass er nichts mit dem Tod seines romantischen Rivalen zu tun habe. Dr. Dixon war mit dem Urteil nicht zufrieden und seine Verteidiger legten Berufung ein, die schließlich zur Aufhebung des Urteils führte. Dixon wurde gegen eine Kaution von 2 Millionen Dollar freigelassen, aber der Kampf um Gerechtigkeit war noch nicht zu Ende. Die Staatsanwaltschaft beantragte beim obersten Strafgericht des Bundesstaates die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, da andernfalls ein dritter Prozess zu erwarten war. Der Antrag der Staatsanwaltschaft wurde am 11. Februar 2019 eingereicht. Die nächste Phase des Prozesses fand im April 2020 statt. Während dieser Zeit wurde die Kaution des Angeklagten aufgehoben und erneut ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Das texanische Berufungsgericht für Strafsachen hob die Entscheidung der Vorinstanz auf. Seine Verurteilung wurde wieder in Kraft gesetzt. Der Richter kam zu dem Schluss, dass der Schwerverbrecher weiterhin seine lebenslange Haftstrafe ohne Bewährung verbüßen sollte. Dixon befindet sich derzeit hinter Gittern in der Haftanstalt in Lubbock, Texas. Während all dieser Turbulenzen und Prozesse zog es die Heldin der Geschichte, Richelle, die für die beiden Männer zum Stolperstein wurde, vor, ein ruhiges, friedliches Leben zu führen, dessen Einzelheiten unbekannt sind. Sie lebte in dieser Stadt, aber völlig abgeschirmt von der Aufmerksamkeit der Journalisten und der Öffentlichkeit. Die Frau verklagte sogar 2016 eine Zeitschrift, in der eine Dreiecksbeziehung zwischen ihr, dem Täter und dem Opfer beschrieben wurde. Der Artikel entlarvte sie als eine geschiedene Frau, die Ehen zerstören wollte und auf Geld aus war. Sie verlangte zwei Millionen Dollar als moralischen Schadenersatz, der ihr jedoch verweigert wurde. Trotz ihres Widerwillens, ihr Leben öffentlich zu machen, sprach Richelle bei mehreren Gelegenheiten mit den Medien. Die Frau fühlte sich schuldig, weil sie einem wirklich liebenden und ehrlichen Mann einen Kriminellen vor die Tür gesetzt hatte.